Die hierzu erwerbende gut gepflegte 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Rosenheim. 1973 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Die Wohnung ist barrierefrei zugänglich. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette, einen Keller und einen Tiefgaragenparkplatz. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 84 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 219.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF, 2020